Wo ist denn mein Magier gerade? Ach so, da. Der fliegt in Terror. Ah, sehr schön. So, jetzt hab ich auf jeden Fall. Tradingpost, wie weit muss ich den wegbauen? Ach, hier oben geht eigentlich. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Your Majesty, a new building is complete. Und... Oh, ein Avenger-Gilde. Können wir uns auch leisten. Ah, ein Templer-Flauquilla könnten wir auch gut gebrauchen. Aye, hoe. Tax collector. You won't get my gold. Gold, your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Ah, boi. Tax collector. Okay, das war das Erste. Oh, tough fight. Wir bekämpfen sie da oben. Darkness has won the day. Victory is number one. Sovereign, a building has been upgraded. Pleasure, pleasure. In the name of the Sovereign. Genau, bitte box sie weg. Das ist nicht gut. In the name of the Sovereign. Es stehen aber noch alle Marketplaces. Das war vielleicht ein Fehler, die Magier-Gilde dahin stellen zu wollen. In the name of the Sovereign. The Unholy are near. The Unholy are near. Deine Resistenzen sind schlecht. Die könnte ich also da wieder eigentlich runterpropfen. The Unholy of the Sovereign. I serve with the... Your Majesty, a new building is complete. Tax collector. Okay, noch sieht's gut aus. Ah, Leibböe wie in euer Richtung. Oh my God. Sovereign, a building has been upgraded. Get the wild spirits in the name of the Sovereign. So, jetzt ein neues. Eine neue Kaserne, also eine neue Warrior-Gilde. Das wir doch mit Paladin anheulen können. I serve with pleasure. For gold, Your Majesty. The Unholy are near. Your Majesty, a new building is complete. Gut. Da kann ich auch meine Embassy bauen. In the name of the Sovereign. Mehr Magda. Mehr Magda. Sehr gut. Sehr gut. I serve with pleasure. Your Highness, our research in the library is complete. Your Highness, our research in the library is complete. Your Majesty, our new building is complete. Your Majesty, our new building is complete. In the name of the Sovereign. Aha! My Majesty, our request. Sovereign, our building has been upgraded. An unwelcome guest. Let Agriela help. So, genau. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn ihr Kundschaften geht. Oh, tough fight. Ah, ein Entspurbo. Sehr schön. Und dann auch noch ein Warby of Discord. Sehr schön. Your Majesty, our new building is complete. Wie viel kostet ein Heliath-Tempel? Der geht noch. Dann hauen wir auch noch so einen raus. Sovereign, our building has been upgraded. In the name of the Sovereign. Stats collected. Your Majesty, our new building is complete. Oh, tough fight. Ich werde mal Erkundungsfahnen in die Pampa setzen. In der Hoffnung, dass ich da Leute anlocke. Zum Kunden schaffen. A new hero has arrived at the Embassy, my liege. Hold your Majesty. Hold your Majesty. Eine Kryptopriesterin. So, noch eine Warrior-Gilde. Oh. Da ist einer gerade fleißig. Noch ein Ancient Barrow. Also haben wir schon mal vier aufgedeckt. So. 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 Und. 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 Oh, ja gilt da. Noch ein wenig Späwo da oben. So, jetzt muss ich erstmal das gewuseln, was gerade herrscht, abwehren. Ähm, das Dichter möchte ich gerne auswählen. Gut, Hedden nachzubilden, das ist jetzt nicht so das Problem. Okay, ich weiß jetzt, wo noch drei weitere sind, von vier Übrigen. Ich muss aber jetzt erstmal das Chaos in meiner Stadt beseitigen. Oh, in the name of the sovereign, in the name of the sovereign. Mein Paladin da. Fliegen in Terror. Your Highness, our research in the library is complete. Ah, noch ein Dieb. An unwelcome guest. Was meldet da jetzt aus? Okay, da wir das Geld haben. Mehr Held, nicht mehr. Sovereign, a building has been upgraded. Your Majesty, our new building is complete. This will be a quick bit of gold. For gold, your majesty, tax collector. Kannst du dabei sterben? Danke. Danke. Da. Yeah. Dein. Okay. Dein. Es ist eine große Schlafung. Die Engel. Die Grosse.